Los, 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 los! Noch eine Folge Minecraft Decking mit der Dani. Hi! Kontakt, Kontakt, Kontakt! Ah, ich ertrink ja. Nein, ich ertrink doch nicht. So, wir bauen wieder weiter an unsere XP-Farm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich dachte, wir spielen ein Zählspiel. Sechs. Nie darf ich bei Zählspielen mitmachen. Sieben. Ja, kannst du, aber ich muss jetzt wieder Wasser holen. Immer das Gleiche. Ich habe nur zwei Eimer, eigentlich ziemlich doof. Sieben, jetzt brauche ich noch... Wie viel habe ich denn noch? Zehn, könnte das sein? Nein, das kann nicht sein. Also, das kann ja sowas von nicht sein! Irgendwas ist hier verkehrt in dem Ding. Da ist doch irgendwas verkehrt in dem Ding. Redest du mir jetzt die ganze Zeit hinterher, ja? Ob ich ihn jetzt die ganze Zeit hinterher rede, fragt er sich. Natürlich nicht, das wäre total kindisch. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Äh, was ist, was soll die alte in deiner Aufnahme? Ja, die mögen mich irgendwie nicht. Ist es auch schon aufgefallen? Ich nehme es sehr, sehr gerne mit Denise auf und werde auch weiter mit Denise aufnehmen, weil Denise ist cool und sie sieht gut aus. Ah, warum mögt ihr mich nicht? Und nein, Denise ist kein Junge, Denise ist ein Mädchen. Was? Danke schön, dass du es klarstellst. Tut mir immer wieder im Herzen, wie es das klargestellt werden muss. Also, jetzt zähl ich noch auf. Aber ganz ehrlich, an Marcells Zuschauer, warum mögt ihr mich nicht? Ich bin liebenswert. 5, 6, 7... Oder etwa nicht. Oder? 7... Echt, Skrät, fühlst du dich jetzt toll? Wer fühlt sich jetzt toll? Ich weiß, bei wem es heute läuft. Ich möchte dann da nicht mehr aufnehmen, Marcell. Ich habe heute so eine Pechsträhne. Oh Mann, Marcell. Ey, heute ist einfach nicht mein Tag. Ich hätte auch einfach im Bett liegen bleiben sollen. Heute ist Montag. Heute ist niemand sein Tag. Jeder heißt Montag. Ne, ganz ehrlich, an meine Zuschauer, ne. Der Tag fing schon zu scheiße an. Mein Handy hat alle meine Nummern gelöscht, die ich nach zwei Jahren irgendwie im Handy eingespeichert hatte. Ich dachte, dass ich dein Handy einfach auch... Du hast keine Freunde. Ja, stimmt. Daran liegt. Ne, es ist einfach so scheiße. Mein Handy hat sich gelöscht. Ich habe einen guten Freund verloren anscheinend. Naja, war eh nur ein Ex-Freund. Ich bin dreimal gestorben. In Minecraft the King. Ich habe Deutsch verkackt. Deutsch auch noch verkackt. Ei, ei, ei. Und mein Wasser hat nach Paul und Eiern geschmeckt. Oh Mann, nein. Ich kriege gleich einen Wutanfall. Oh Mensch. Erstmal was trinken. Das ganze Schreien macht mich durstig. Mäh mich nicht so vorlaut an. Ich war knappe gerade ein Schaf mit einem Bett. Ich glaube, das Schaf hat ziemlich große Angst davor. Ich weiß nicht, in welche Richtung gehen muss. Aber es ist mir egal. Ich zähle jetzt auch nicht mehr mit. Das muss jetzt einfach von der Höhe. Der soll in etwa hinhauen. Sonst muss ich halt ein bisschen nach unten graben. Oder ein bisschen nach oben. Also hier geht es raus. Dann mache ich in diese Richtung weiter. Ich fliege doch eh aus dem Projekt als Erste. Ja, jetzt schon, nachdem du nichts mehr hast. Danke, ich liebe dich auch. Ich bin Parasit. Ich niste mich in ein gemachtes Nest ein, erstmal. Das gemachte Nest gehört wem? Äh, ich weiß nicht genau. Äh, ich weiß nicht genau. Gerade keinen mehr. Das war jetzt aber knapp. Das war jetzt aber so hier nicht geplant. Ich geh etwas malen. Aber nur malen nach Zahlen. Hä, hä. Ich hab meinen gesagt und nicht malen, Idiot. Nein, ich hab dich doch lieb. Es tut mir leid. Ich bin gerade gestresst. Ich bin sehr gestresst. Bitte sei es nicht lieb zu mir. Ich hab's nicht verdient. Halt mich du. Ich rede hier über das Skelett, das mich hier getötet hat. Ach, dein, sehr schön. Da, meine ich, liebst du mich nicht mehr. Oh, Johnny. Johnny, warum hast du kein Gewissen? Muss ich doch noch meinen Bogen rausholen. Boah, könnt ihr die Gänge nicht drei hoch machen? Dankeschön. Das ist aber jetzt echt ärgerlich hier mit diesem... ...dingens hier. Schöns. Mir fällt gerade ein, wie will ich meinen, wenn ich keine Fackeln habe? Vielleicht finde ich Kohle. Kohle, Kohle, Kohle? Nein, bitte jetzt nicht. Entschuldigung. Oh Gott, ich brauche Fackeln. So, und dann gehen wir hier runter. Ja, so ist das richtig. Nein, so war das falsch. Oh. 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 Meine Güte, ist das kompliziert hier. Ich gebe gerade schon die Hoffnung aus, je wieder hier rauszufinden, aber ansonsten ist alles okay bei mir. Das ist schön. Bis ich Kohle finde, mache ich die Einfackeln-Taktik. Ich sage, so diese Höhe könnte passen. Was für eine Einfackel-Taktik? Das ist die Einfackel-Taktik, die habe ich jetzt erfunden, glaube ich. Die muss ich machen, bis ich was finde. Okay, und dann? Dann mache ich die Mehrfackel-Taktik. Oh oh. Das ist jetzt doof. Wie ich einfach mal gar nichts habe. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wann wir angefangen haben. Wir haben jetzt neun Minuten, ich bin zu faul zum Rechnen, also sagen wir, wir haben sieben Minuten. Das heißt, wir haben zehn angefangen, das heißt, plus zwei Minuten, das heißt, wir haben acht nach angefangen, das heißt, plus 30 Minuten, dass wir 38 aufhören müssen. Ne, 48. Ja, ich habe jetzt nicht mitpflichtet. Ne, 38, 38 stimmt. Wir müssten 38 aufhören, dann hätten wir 30 Minuten aufgenommen. Wir können natürlich auch 28 aufhören, hätten wir 20 Minuten aufgenommen, das reicht mir erstmal. So, dann können wir auch gleich schauen, ob das so funktioniert. Der Zombie rutscht hier runter, schwimmt hier nach oben. Er schwimmt, er schwimmt, er schwimmt, er schwimmt, er schwimmt, er schwimmt, er schwimmt. Schwimmt dann, schwimmt dann, schwimmt dann. Ich habe hier oben vom Wasser in diese Richtung gedrückt, aber hier muss zu sein. Ich kann hier nirgends raus. Ui, toll, laf es lazen. Hält, dann hier runter. Bisschen weh getraten? Oh, toll, Redstone. Cool, Redstone, wir mögen alles alle. Mhm, kauft euch Redstone. Das ist toll. Ich finde nichts, nicht mal Kohle. Hört mir doch jetzt langsam mal... Ganz ehrlich, also im Moment, als ich gesagt habe, ich finde nichts, nicht mal Kohle, habe ich Kohle freigelegt. Ich finde nichts, nicht mal Diamanten. Klappt irgendwie nicht, schade. Meine Zuschauer sehen wahrscheinlich einfach gar nichts. Was? Bei mir? Bei mir, weil hier einfach sehr dunkel ist und nach dem Rennen wird ja immer alles nochmal ein bisschen dunkler, warum auch immer. Weil, äh, also ich kenne es nur, dass YouTube es abdunkelt. Ich muss gleich noch süße Katzenvideos raussuchen für die erste Folge. Ja, versprochen, ist versprochen. Ja. Und es wird ein niedliches Katzenvideo werden, das verspreche ich euch. So, und dann fallen die hier hin. Wollte man die hier so totschlagen können? Theoretisch müsste es funktionieren. Ich muss aber noch was abdichten. Ich muss nochmal rein. Bin ja so gespannt. Auf was? Ob das Ganze jetzt funktioniert. Okay. Einfach zur Sicherheit. Er weiß, vielleicht finden wir einen fliegenden Zombie. Oh oh, oh oh. Ich darf jetzt nicht sterben. Nein, das war aber doof. Du bist doch. Ich bin doch hierher gekommen, um das hier zuzumachen. Nicht, dass die mir da abhauen. Also. Also. Keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, jetzt sinnvoll ist. Wahrscheinlich hier nicht. Echt, hier oben wäre Kohle gewesen. Toll. Ja, die Zombies sind schon da. Da würde ich auch die Zombies sehen. Wenn die hier hochschwimmen. Wenn denn dann einer kommt. Marcel. Ja? Wollen wir gemeinsame Sache machen? Jetzt, wo du nichts mehr hast und ich eine coole... Und, bei wie viel Schlägen gehen sie kaputt? Bitte. Wir brauchen schon ein paar Schläge, das können wir noch tiefer bauen. Ja, können wir eigentlich gerne. Ja, bis zum Ende. Okay, dann suche ich den Weg nach oben, was ich vielleicht gar nicht mehr brauche, weil ich gleich verhungere. Und dann sind wir Freunde. Natürlich. Es fing mit ihm an und es wird mit ihm enden. Aber ich verspreche dir auch, ich bringe dich nicht um. Das will ich hoffen. Aber du mich bitte auch nicht, okay? Niemals. Ich will dich nie so hintergehen, wie ich Lenny hintergangen habe. Vor Lenny hatte ich Angst. Dir vertraue ich. Das ist schön zu hören. Ich komme jetzt nach Hause. Bist du eigentlich noch in Amtsborn an deinem Versteckter? Nee, 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 nee. Ich bin... Irgendwo anders. Wirst du mir deine Koordinaten sagen? Ich würde sagen, das machen wir. Ich meine, die meisten Leute werden es gesehen haben in der Aufnahme. Machen wir aber trotzdem, dann nachher. Okay, ich bin gleich tot. Aber du kannst schon mal Richtung Spawn laufen. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich da. Ich habe ein Herz und da sind zwei Skilette. Ich bin tot. Ich bin am Spawn, ich warte auf dich. Du kannst... Also ich komme nicht zum Spawn. Ich bin hier in der gefährlichen Höhle. In den Zombies. Okay. Du kannst aber mal... X minus 611. Und Z minus 791. Äh, minus 611, 791. Habe ich mir wunderschön provisorisch aufgeschrieben. Muss ich voll weit laufen. Beides Minuswerte? Ja. Ja. So, an alle Mitspieler, ihr dürft diese XP Farm auch benutzen, wenn ihr wollt. Aber macht sie bitte nicht kaputt. Warum nicht? So, jetzt geh rein und hoch. Ja, weil ich einfach viel Zeit und Mühe hier rein gesteckt habe. Und das wirklich sehr ärgerlich wäre. Ach, denkst ich in meine Diamantrüstung nicht? Aber hier packt so ein kleiner, dummer Zombie rum. Nein, jetzt geht er weiter. Schön. Jetzt gehen sie weiter. Kleiner Zombie, kleiner Zombie, lass mich. Kleiner Zombie, du sollst mich lassen. Oh, da hat jemand einen Weg gebaut, wie lieb. Schön, also meine XP Farm funktioniert, hat auch gut geklappt. Ähm, die fallen jetzt hier alle so schön langsam runter. Wartest du noch, bis ich bei dir bin? Natürlich. Im Prinzip müssten wir jetzt hier einfach zwei, drei Stunden stehen. Zuschauen, wie die Zombies dann auch aufgehen. Und hoffen, dass die nicht kaputt gehen, wenn sie hier unten aufschlagen. Aber ich glaube, das ist eins zu hoch, ja. So, und dann muss man hier einfach warten, bis ganz viele kommen. Und dann kann man die einfach mit einmal töten. Marcel, weißt du was? Äh, Fuchs ist kein Has. Ich gehe morgen mit einem Freund auf Schützenfest. Oh, oh. Ja, und dann? Fahren wir viele tolle Geschäfte? Oh, oh. Dann wird's ja schlecht. Nein, ich bin recht schwindelfrei. Jede Menge Zombies. Das wird so lustig. Oh. Wir haben ja das zweitgrößte Schützenfest in Niedersachsen. Wusstest du das? Jetzt wissen alle, wo du wohnst. Das wissen ja nicht auch alle, die bei Facebook sind. Okay. Und das Tolle ist, ich kann jetzt hier arbeiten und machen, die Zombies spawnen ja hier drin. Ich weiß gar nicht, ob im Radius von 15 Blöcken spawnen die, wenn man dann in der Nähe ist. Also, wenn ich im Radius von 15 Blöcken bin. Ich könnte jetzt theoretisch hier arbeiten. Ich weiß nur nicht, was ich hier arbeiten sollte. Äh, Liebster Marcel, da steht ein Portal in die Hölle. Ist das deins? Nein, das war mal meins, ja. Äh. Ach, wie schön. Was ich hier mal machen kann, sind noch ein paar Bücher. Die werde ich auf jeden Fall brauchen, um sie zu verzaubern. Das behalte ich. Ich muss hier ja vielleicht noch was draus bauen. Hm, Dani. Ja? Das komische Auto steht immer noch vor meiner Haustür. Ich sag Gott, der steht auf dich. Weißt du nicht mal, ob da ein Mann drin sitzt? Das ist so dunkel. Der macht einfach Stock-Kar-Fotos für dich und stellt sie dann auf irgendeine Internetseite und sagt, ja, ich kenne den Typ von MyGames. Ja, das kann natürlich sein. Der Kanal heißt doch MyGames, oder? Ja, heißt der, weil das so cool ist. Yeah, ich hab ihn mir gemerkt. Ich hab ein paar Level gemacht. Allein in der Zeit, seit ihr falletzt, warte ich jetzt, hab ich bestimmt fünf, sechs, sieben Level hier gemacht. Das läuft gut. Das läuft überrascht. Ich freu mich für dich. Und du darfst die ja auch benutzen, freu dich für dich mit. Ich freu mich für mich, wenn ich diese Nacht überlebe. Oh, jetzt weiß ich, was ich mach. Jetzt weiß ich, was ich mach. Jetzt weiß er, was er macht. Jetzt weiß er, was er macht. Ey, yeah. Tut mir so leid. Ich werde mich nie ändern. Ich bin jetzt bei minus 343 und minus 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 50. Das hört sich doch schon mal gut an. Ich überquere gerade einen Ozean. Hm. So salzig. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber ich werde das auf jeden Fall mit, wie nennt man das? Clean Stone oder der gebackene Stein hier alles zumachen. Und hoffe, dass die dann hier nicht reinfinden. Wie viele Zombies hier einfach jetzt schon wieder stehen. Also die Falle ist wirklich effektiv. Ähm, wenn ihr wollt, sagts mir einfach. Dann kann ich auch mal von Let's Play dazu machen, wie die genau funktioniert, damit die aufgebaut ist. Genau im Detail. Wobei ihr das ja eigentlich auch gesehen haben dürftet. Haha. Du wirst Klicks bekommen. So, ich sag, ich... Wird von der Minizome umgebracht. Nein, werd ich nicht. Warum soll ich Klicks wollen? Ich hab nur gesagt, wenn meine Zuschauer das sehen wollen. Ja, ist ein Spaß gewesen. Nee, ist okay. Du kannst nicht immer meine Zuschauer hier als klickgeil bezeichnen. Nein, wie soll ich meine Zuschauer... Warum soll ich meine Zuschauer als klickgeil bezeichnen? Hast du gerade eben gemacht. Wir haben es alle gehört. Ah, Kuiper! Ach, ich muss ja etwa in der Nähe bleiben. Verdammt. Das ist der Nachteil an der Geschichte. Man muss halt doch immer in der Nähe sein. Kommst du mir entgegen? Nein! Ich muss hier bleiben. Ich muss XP fahren. Bist du eigentlich in der Höhle drin, oder...? Genau. Das heißt, ich muss mich ja nach unten graben, oder wie? Nee, nee, da ist ein Eingang. Dann siehst du dann, glaub ich, auch ganz gut. Verlaufe ich mich dann? Wenn du deine Nähe bist, sagst du mir Bescheid. Ja. Ich bin grad minus 385 und minus 639. Und auch ohne Kartoffeln kann ich gar nichts machen. Kannst du sie braten? Ich könnte sie braten, wenn ich möchte. Und sie essen? Weil ich so cool bin und keine gebratene Kartoffeln mag. Ich mag gar keine Kartoffeln in real life. Sehr? Ja. Aber Kartoffeln sind gut, gesund und lecker. Nein, sind sie nicht. Kartoffeln machen dick und sind eklig. Aber Pommes magst du bestimmt. Ja. Ja, war wieder klar. Das ist wieder typisch. Das ist wieder typisch. Ich mag keine Kartoffeln, aber Pommes. Ich mag auch keine Tomaten, aber Tomatensoße. Ich mag den Geschmack von Kartoffeln halt nicht. Aber Pommes sind gesalzen ganz lecker. Außer, also wenn sie knusprig sind, wenn sie so matschig sind, sind sie einfach widerwärtig. Ja, und da sind wir bei der Frage, welche Pommes sind besser, Burger King oder McDonalds? McDonalds. McDonalds bin ich auch der Meinung, ja. Und ich habe bei beiden gearbeitet. Leute, esst nie die von Burger King, die sind krankheitserregend. Die sind in allen komischen Fett gemacht. Das darfst du nicht sagen. Das ist aber wirklich so. Das darfst du aber noch nicht sagen. Jetzt wirst du verklagt. Dani wird von Burger King verklagt. Ihr Channel muss bald zugemacht werden. Na ganz ehrlich, das ist ja auch so, haben sie auch Tests gemacht. Stiftung Warentest und so weiter. Ich glaube, das ist sogar krebserregend. Stiftung Warentest ist genauso gut wie der ADAC. Genauso glaubwürdig. Das habe ich auf RTL gesehen. Ja, wird immer besser. Laut RTL. RTL bildet. Also ich war mal ganz dumm, dann habe ich angefangen RTL zu fahren. Ich bin bei minus 600, 3, 4, 35 und minus 739. Dann komme ich jetzt mal raus. Siehst du da irgendwo so einen gleichten Hügel? Ja, da ist so ein Hügel. Nein, nicht jetzt sterben. Nicht jetzt sterben. Nicht jetzt sterben. Nicht jetzt sterben. Ich komme dir entgegen. Ah, da war eine Spinne und ich bin einfach hunger. Und ich bin vergiftet. Dann komm in die Höhle! Das ist keine Höhle, das ist ein Durchgang. Ich habe mich verguckt. Wo ist denn die Höhle? Du hast gesagt, man sieht den Eingang. Hier sind ganz große Hügel. Wo ist denn du? Bist du am Meer? Ja. Ja, warte, dann komme ich auch ins Meer. Ich bin auf so einen Hügel drauf. So, hast du Angst vor einer Spinne? Es ist doch Tag. Ich habe sie angegriffen, weil ich dachte, sie greift nicht an. Bist du in so einem kleinen Hügel am Meer, oder wo? Ja, da ist so. Meer davor. Es laufen auch noch Leute vor meinem Haus rum. Es ist noch... Ich sehe dich! Richtig nicht. Andere Richtung, andere Richtung, greh dich um. Ich sehe dich. Ich habe zweieinhalb Herzen. Dann verstecke ich mich jetzt. Nein, Marco... Äh, Marcel! Bist du sauer, dass ich deinen Namen falsch vergesagt habe? Natürlich. Okay. Er legt Essen für dich. Essen. Essen, 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 Essen. Aber ich bin Vegetarier! Demal ist erledigt. Übrigens, ich bin kein Vegetarier. Ich bin übrigens kein Vegetarier. Nein. Wo bist du? Ich habe dich schon wieder verloren. Fahre nur um die Ecke. Hier hoch. Du musst hier hoch. Ich bin nicht. Du kannst mir gar nichts zu sagen. Du bleib unten. Nein. Meine Höhle ist sicher und da gibt es Zombies, Luft, Liebe und Wasser. Oh, Liebe. Wie schmeckt dein Wasser? Nach leckerer Eier. Äh, klar. Oh, oh, Achtung! Ah! Nein, nein! Oh, mein starker Held! Ja, so funktioniert das. Du musst ein bisschen aufpassen. Alter! Hast du schon mal was von einem sicheren Abstieg gehört? Mhm. Aber ich meinte nicht der mit sicheren Abstieg in den Tod. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Ich... Wenn ich das hier lebend überstehe, dann... Tada! Ist das denn der mysteriöse Mobfall oder wo? Ja. Wir müssen erst wieder Zombies spawnen. Ich kann nichts machen. Oh, es leckt total. Ich würde sagen, dann beenden wir aber auch die Folge an dieser Stelle. Oder? Von mir aus. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte in der Falle. Ich habe eine Frau wieder an meiner Seite. Für mich kann es nicht besser laufen. Für mich kann es nicht schlechter laufen. Ich muss zurück zu meinen Ex, weil ich nichts mehr habe. Frau Heilig, du musst dir noch kurz zubauen. Sekunde, bitte. Okay. Ich logge mich schon mal aus. Und ihr seht wieder süße Katzenvideos. Yeah! Miau, miau, wuff, 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 miau, miau. Hier wird ein süßes Katzenvideo eingeblendet und ich will zu süß sein. Oh, mein Gott! Kommt da Katzen drin vor? Ja. Oh, mein Gott, eine SMS. Bist du noch da? Bist du noch da? Ja, ich brauche hier nur Sachen zu. Wir müssen noch Verabschiedung machen. Ich brauche noch Verabschiedung. Ich lasse meine Zuschauer nicht ohne Verabschiedung gehen. Ich trinke zwar schon einen Schluck Wasser, aber ich lasse dich nicht ohne Verabschiedung gehen. Ja, nee, musst du ja auch nicht. Ich freue mich schon darauf, süße Katzenvideos rauszusuchen. Tja, wer die Klappe so voll nimmt. Ich hoffe, das sieht einigermaßen natürlich von außen aus. Bist du jetzt fertig? Stopp, sofort, sofort. Ich muss hier noch... Und so, ich hoffe, dass die Falle oder diese XP-Farm noch bis Mittwoch stehen bleibt, denn dann will ich hier meine Sachen verzaubern. Ich weiß nicht, vielleicht ist Dani dann auch wieder mit dabei, wer weiß. Ja. Vielleicht ist das jetzt aber auch alles nur ein heimtickischer Plan von Dani und sie wird mich jetzt hier komplett zerstören. Ich habe gar nichts. So, irgendwo hin, wo ich bin. Wo ich hier hin? Nein. Wasser am besten. Alles klar, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dani ist wieder da. Yay! Fast zwei Monate gedauert. Yay! Und sagt ihr...